Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch die Tanks aus Wrath of the Lich King vor und ordnen diese auf die Plätze 1 bis 4. Am Schluss gibt es dann wir immer noch ein kleines Fazit dazu. Wir lassen mit Absicht den Frost- und Unheiligspeck vom Todesritter außen vor, da diese eher Nischeneinsätze haben und im Normalfall nicht als Main Tank fungieren. Wir wollen hier vor allem aufzeigen, mit welchem Tank ihr am einfachsten einen Raidspot bekommt und welcher vermutlich die Nasenspitze vorne haben wird. Wenn euch das Video gefällt, lasst es doch gerne direkt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß beim Video. Auf dem vierten Platz befindet sich unserer Meinung nach der Schutzkrieger. Der kommt in Wrath of the Lich King leider nicht allzu gut weg und das obwohl er eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Das einzige Problem, die anderen Tanks. Sie sind ihm halt in den meisten Belangen einfach ein ganzes Stückchen voraus und müssen sich deutlich weniger anstrengen, um sogar teilweise bessere Resultate zu fahren. Als 51er Talent bekommt ihr die Schockwelle. Sie verursacht in einem kegelförmigen Bereich vor dem Kriegerschaden und betäubt zudem alle Gegner. Mit verbesserter Rache trefft ihr zudem ein weiteres Ziel, was ebenfalls dem Aggrohalten von mehreren Zielen zugutekommt. Außerdem könnt ihr mit dem Talent Kriegstreiber euren Sturmangriff, euer Abfangen sowie Einschreiten während des Kampfes und in jeder Haltung nutzen. Ihr entfernt zusätzlich mit Einschreiten jegliche bewegungseinschränkenden Effekte. Das Ganze macht euch deutlich mobiler als noch in der Burning Crusade. Mit dem Talent Sicherung bohrt ihr euer Einschreiten auf, so dass das betroffene Ziel sechs Sekunden lang 30 Prozent weniger Schaden erleidet. Des Weiteren bekommt ihr mit Helden auf der Wurf eine Fähigkeit, mit der ihr eure Waffe nach dem Feind werfen könnt, Schaden verursacht und vor allem ein hohes Maß an Bedrohung erzeugt. Mit Wachsamkeit gibt es ein Talent, welches ihr auf ein befreundetes Ziel anwenden könnt und 30 Minuten anhält. Es werden hierbei 10 Prozent seiner erzeugten Aggro auf euch übertragen und 3 Prozent seines erlittenen Schadens verringert. Zusätzlich wird jedes Mal, wenn das Ziel von einem Angriff getroffen wird, die Abklingzeit eures Spottes beendet. Wenn ihr Wachsamkeit eurem stärksten Schadenausteiler gebt, werdet ihr dadurch zu einem der besten Tanks für Single Target Aggro. Mit Schildwall habt ihr zugleich einen der stärksten defensiven Cooldowns. Hierbei wird für 12 Sekunden jeglicher Schaden um 60 Prozent verringert. Das kann auch via Glyphe und Talente auf 2 Minuten Abklingzeit reduziert werden. Durch die Glyphe absorbiert Schildwall allerdings auch nur noch 40 statt 60 Prozent des Schadens. Letztes Gefecht, was 20 Sekunden lang eure Gesundheit um 30 Prozent erhöht, ist ebenfalls eine gute Fähigkeit, um Schadensspitzen zu überleben. Die Abklingzeit kann auch hier via Glyphe auf 2 Minuten reduziert werden. Ihr habt zudem mit zerschmetternder Wurf eine Fähigkeit, mit der ihr eure Waffe werft und beim Treffen Schaden verursacht und vor allem die Rüstung des Ziels für 10 Sekunden lang um 20 Prozent reduziert. Das Ganze hat allerdings 5 Minuten CD und ihr müsst euch in der Kampfhaltung befinden. Ihr bringt dem Raid entweder Angriffskraft mit eurem Schlachtruf oder mehr Leben dank Befehlsruf. Dazu schwächt ihr die Rüstung eures Feindes um 20 Prozent mit Rüstungszerreißen bzw. Verwüsten und verringert die Angriffsgeschwindigkeit des Gegners ebenfalls um 20 Prozent. Mit demoralisierender Ruf, Demo Shout, verringert ihr außerdem die Angriffskraft eures Feindes. Der Krieger ist ein super Blocktank und kann jeden Bosskampf tanken. Auf den dritten Platz schafft es der Druide. Das Bärchen glänzt durch seinen riesigen Gesundheitspool und durch seine hohe Rüstung. Eure Baumrinde kann nun endlich in Bärform aktiviert werden. Diese verringert jeglichen erlittenen Schaden um 20 Prozent für 12 Sekunden und hat gerade einmal eine Minute Abklingzeit. Demnach der perfekte Cooldom, um kleine Schadenspitzen abzufangen. Mit Überlebensinstinkt habt ihr zudem ein neues Talent, welches 20 Sekunden lang 30 Prozent eurer gesamten Gesundheit erhöht. Wenn der Effekt endet, geht die zusätzliche Gesundheit verloren. Die Fähigkeit skaliert sehr gut mit dem enormen Lebenspool des Druiden. Durch eine Glyphe kann der Effekt um weitere 15 Prozent erhöht werden. Als 51er Talent bekommt ihr Berserker. Nach dem Aktivieren gewährt euch die Fähigkeit, dass Zerfleischen in eurer Bärform bis zu 3 Ziele trifft und keine Abklingzeit mehr hat. Ihr werdet zudem immun gegen Furchteffekte. Mit dieser Fähigkeit und vor allem weil Prankenhieb nun mehr als 3 Ziele trifft, seid ihr nun deutlich besser im Tanken von mehreren Zielen. Einzelne Ziele hingegen sind absolut kein Problem, wobei das Aufbauen von Bedrohungen allgemein nicht die Stärke des Druiden ist. Ihr bringt jedoch dem Raid einiges an Raid Buffs mit. Mit Rudelführer gebt ihr dem kompletten Raid 5 Prozent kritische Nahkampf- und Distanztrefferchance. Dank verbesserter Rudelführer heilt ihr und eure Mitspieler euch sogar bei einem kritischen Treffer. Zudem verringert ihr die Rüstung des Ziels via Feenfeuer, reduziert die Angriffsgeschwindigkeit dank dem Talent infizierte Wunden via Zermalmen und Zerfleischen um 20 Prozent, verringert die Angriffskraft des Feindes mit demoralisierendes Gebrüll und habt zudem situationsbedingt ein Anregen für eine Mana-Klasse oder hebt via Wiedergeburt einen gefallenen Mitspieler auf. In Phasen, in denen ihr nicht denken müsst, geht ihr einfach in eure Katzenform und haut für die Verhältnisse extrem guten Schaden raus. Ihr seid zudem mit eurer wilden Attacke sowie Sprint in Katze sehr mobil. Auf Platz 2 befindet sich der Bluttodesritter. Dieser hat einen riesigen Gesundheitspool sowie diverse Talente und Fähigkeiten, um Leben zurückzugewinnen. Mit eisiger Berührung habt ihr eine der besten Einzelzielfähigkeiten im Spiel, um Agro aufzubauen. Da ihr, wie auch der Druide, kein Blocktank seid, sondern einer, der den Schaden schlucken muss und versuchen muss, mit diversen Fähigkeiten diesen zu minimieren, habt ihr einige starke defensive Cooldowns. Vampirblut gewährt euch für 10 Sekunden 15% maximale Gesundheit und erhöht die durch Zauber und Effekte erzeugte Gesundheit um 35%. Wenn der Effekt beendet wird, geht die Gesundheit verloren. Das Ganze hat gerade mal eine Minute Abklingzeit. Via Glyphe kann der Effekt um weitere 5 Sekunden verlängert werden. Eisige Gegenwehr verringert jeglichen Schaden um 30% sowie zusätzliche Schadensverringerung basierend auf eurer Verteidigung. Das Ganze hält 12 Sekunden an und hat 2 Minuten CD. Antimagische Hülle verwendet ihr gegen Zaubern der Feinde. Diese absorbiert für 5 Sekunden 75% des Schadens feindlicher Zauber bis zu einem Maximum von 50% der Gesundheit des Todesritters. Zudem verhindert es, dass Schwächungszauber auf euch gewirkt werden können. Auch hier liegt die Abklingzeit gerade mal bei 45 Sekunden. Die Effektdauer kann via Glyphe von 5 auf 7 Sekunden erhöht werden. Zu guter Letzt, und diese Fähigkeit vergessen die meisten, habt ihr Armee der Toten. Hierbei kanalisiert ihr eine Armee von Ghulen, die für euch kämpfen. Darum geht es aber in erster Linie nicht. Während des Kanalisierens wird euer erlittener Schaden um einen Wert verringert, der eurer Ausweichchance plus Parierchance entspricht. Umso bessere Ausrüstung ihr habt, umso mächtiger wird die Armee der Toten. Das hat allerdings auch 10 Minuten Abklingzeit. Um das Ganze abzurunden, habt ihr eines der stärksten passiven Tanktalente im Spiel, den Willen der Nekropole. Er verringert euren erhaltenen Schaden um 15%, wenn eure Gesundheit unter 35% fällt bzw. ein Angriff eure Gesundheit unter 35% sinken lassen würde. Einzig eure schwache Aggro gegen mehrere Ziele, sowie dass ihr nicht unbedingt mobil seid, könnt ihr euch Probleme bereiten. Für den Raid bringt ihr noch etliche Buffs und Debuffs mit. Mit Horn des Winters, Stärke und Beweglichkeit für den ganzen Raid, 10% Angriffskraft via Stärke der Monstrosität, 20% Nahkampfangriffsgeschwindigkeit dank dem Talent eisige Klauen aus dem Frostbaum, 20% Schadenserhöhung für 30 Sekunden auf einen Mitspieler via Bösartigkeit, sowie 20% verringerte Angriffsgeschwindigkeit des Gegners mit eisiger Berührung und dem Talent verbesserte eisige Berührung. Der erste Platz gehört dem Schutzpaladin. Mit diesem spielt ihr den rundesten Tank, der alles hat, was man braucht. Mit unermüdlicher Verteidiger habt ihr das beste passive Talent zum tanken, welches es in Wrath of the Lich King gibt. Hierbei wird erlittener Schaden, der eure Gesundheit unter 35% bringt, um 20% verringert. Zusätzlich werdet ihr durch Angriffe, die euch normalerweise töten würden, um bis zu 30% eurer maximalen Gesundheit geheilt. Der geheilte Wert basiert dabei auf eurer Verteidigung. Die Fähigkeit hat eine Abklingzeit von 2 Minuten und so gesehen habt ihr dann ein Bonusleben, ohne dass ihr dafür einen Knopf drücken müsst. Ihr habt zudem mit Hand der Abrechnung sowie rechtschaffende Verteidigung einen Spot für einzelne und mehrere Ziele. Mit Heiliger Wächter habt ihr einen Raid Cooldown, bei dem ihr für 6 Sekunden 20% des kompletten Raid Schadens abfangen könnt, sowie mit Handauflegen einen Notfallbutton, um euch komplett zu heilen und Mana wiederherzustellen. Dank Schild des Rächers und eurer Weihe seid ihr nach wie vor stark gegen mehrere Ziele. Schild des Rächers bringt nun sogar eure Ziele dank des Talents Schild des Templers zum Schweigen. Mit eurem 51er Talent Hammer der Rechtschaffenden habt ihr nun sogar eine zusätzliche Fähigkeit gegen mehrere Ziele. Mit diesem trefft ihr das aktuelle Ziel sowie bis zu zwei zusätzliche Ziele. Dank göttlicher Bitte sollte euch außerdem das Mana nie ausgehen. Dies lässt euch im Verlauf von 15 Sekunden 25% eures gesamten Manas zurückgewinnen. Mit dem Talent vom Licht behütet habt ihr eine Chance von 100%, dass die Dauer von göttlicher Bitte aufgefrischt wird, wenn ihr einen Feind schlagt. Demnach sollte göttliche Bitte vor allem in Bosskämpfen nicht mehr ablaufen. Ihr habt zusätzlich mit göttlicher Schutz einen extrem starken Cooldown um 12 Sekunden lang 50% des erlittenen Schadens zu minimieren. So gesehen eine Art Mini-Schildwahl mit sehr kurzer Abklingzeit. Geheiligter Schild hingegen ist eine neue Fähigkeit, welche euch ermöglicht jedes Mal, wenn ihr Schaden bekommt, einen Schild zu erhalten, der 600 Schaden absorbiert. Der Effekt kann allerdings nur alle 6 Sekunden auftreten. Als Raid Buffs bringt ihr 4 Segen mit. Segen der Könige mit 10% auf alle Werte, Segen der Macht mit 550 Angriffskraft, Segen der Weisheit für 92 Mana alle 5 Sekunden oder auch Segen des Refugiums für 3% weniger Schaden und 10% mehr Ausdauer und Stärke. Seine Richtorteile können ebenfalls noch Leben oder Mana bei Angriffen gegen das Ziel zurückgewinnen. Allerdings kann nur eines von beiden gleichzeitig aktiv sein. Zusätzlich hat er je nach Skillung noch 20% Angriffsgeschwindigkeitsreduktion oder eine Raid Bubble, die temporär 20% des Raidschadens reduziert. Vergesst außerdem nicht seine Handzauber, mit denen ihr zum Beispiel dank Hand des Schutzes einen Spieler vor Nahkampfschaden schützen könnt. Hand der Freiheit, die eurem Verbündeten Immunität gegen Bewegungseinschränkungen gewährt. Hand der Erlösung, die die Bedrohung des Ziels verringert oder Hand der Opferung, die Schaden vom Ziel auf dem Paladin umlenkt. Bevor wir zum Fazit kommen, kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr bei uns YouTube Mitglied werden. Dadurch erfahrt ihr immer, wann welches neue Video erscheint, habt bei manchen sogar frühen Zugriff, werdet im Outro erwähnt und bekommt in den Kommentaren eigene Emojis, die nur ihr verwenden könnt. Zudem erhaltet ihr neben eurem Namen ein Mitgliedssymbol, welches sich je nach Länge der Mitgliedschaft verändert. Die Mitgliedschaft ist außerdem binnen wenigen Klicks wieder kündbar. Vielen herzlichen Dank für euren Support und vor allem ein dickes Danke an alle bisherigen Mitglieder. In Wrath of the Lich King gibt es zwei verschiedene Arten von Tanks. Den Krieger und Paladin als Blocktank mit Schild und den Druiden und Todesritter als Klassen, die den Schaden schlucken und eher versuchen, diesen dank höherer Gesundheit, Talente und Fähigkeiten zu minimieren. Dabei habt ihr mit dem Paladin den besten Tank, den ihr wählen könnt. Ihr habt sehr gute Flächen und Einzelziel-Agro, unfassbar viel Überlebensfähigkeiten und dutzende Raid-Buffs und Verstärkungen für eure Mitspieler. Ihr könnt zudem alle 2 Minuten sterben und steht einfach dank eurem Talent unermüdlicher Verteidiger wieder auf. Mit göttlicher Schutz habt ihr einen Schild, weil ihr euch alle 2 Minuten für 12 Sekunden 50% des Schadens reduziert. Zudem habt ihr einen Cooldown, mit dem ihr einfach 20% des Schadens des kompletten Raids reduzieren könnt. Einzig seine Immobilität könnte man ihm anrechnen. Der Blue Tourist Ritter hält sehr gut Agro gegen einzelne Ziele. Ihr habt zudem eine riesige Auswahl an verschiedenen Fähigkeiten, um euren Einkommen in Schaden zu verringern und vor allem Leben wieder zurück zu gewinnen. Mit Wille der Nekropole habt ihr ein passives Talent, welches euch weniger Schaden erleiden lässt, sobald ihr unter 35% seid. Tanken von zaubernden Gegnern ist für euch ebenfalls kein Hindernis, dank antimagischer Hülle. Hinzu kommt, dass ihr dem Raid etliche Vorteile mitbringt. Unter anderem mit Bösartigkeit alle 3 Minuten einen 20% Damage Buff für einen Mitspieler für 30 Sekunden. Eure Immobilität sowie der im Vergleich zu den anderen Klassen langsame Aggroaufbau gegen mehrere Ziele könnte man euch jedoch ankreiden. Mit dem Druiden habt ihr auf jeden Fall den größten Lebensbalken im Spiel. Dank Baumrinne und Überlebensinstinkt habt ihr zwei starke Knöpfe, um Schadensspitzen zu minimieren. Solltet ihr mal nicht denken müssen, switcht ihr einfach in eure Katze und haut extrem viel Schaden raus. Zudem könnt ihr euer Anregen verteilen und einen Verbündeten im Kampf wiederbeleben. Der Druide ist außerdem sehr mobil und bringt zudem etliche Buffs für den Raid mit wie zum Beispiel 5% Krit für Nahkampf und Distanztreffer. Auf dem Papier ist der Schutzkrieger ein extrem guter Tank, in unserem Raking allerdings auf dem letzten Platz gelandet, da er im reinen Vergleich zu den anderen Klassen in den meisten Belangen schlechter abschneidet. Er skaliert leider von Haus aus nicht so gut wie die anderen Tanks, hat weniger defensive Cooldowns und ihm fehlen wichtige passive Talente wie zum Beispiel unermüdlicher Verteidiger oder Wille der Necropole, die ab einem gewissen Gesundheitswert den Einkommen in den Schaden verringern. Er bringt zudem dem Raid keine wirklichen Vorteile mit, welche nicht auch von anderen Kriegern abgedeckt werden können. Trotz den negativen Aspekten ist er einer der mobilsten Tanks und haut außerdem eine Tonne an Schaden raus. Das alles macht ihm zu einem ultimativ guten Tank für Dungeons und Heroics. Zum Schluss aber noch was ganz wichtiges. Ihr könnt den Content mit jedem Tank clearen, wirklich. Jeder von ihnen hat seine einzigartigen Vorteile, die einen mehr, die anderen weniger, vor allem da Aggro und Crushing Blows keine Rolle mehr spielen. Allerdings haben Bosse diverse Tankbuster-Mechaniken und Fähigkeiten, bei welchen eine enorme Menge an Schaden auf den Tank einkommt und welche am besten mit einem defensiven Cooldown gekontert werden müssen und nicht geblockt werden kann. Es geht einzig darum, wie leicht ihr es eurem Raid machen wollt, da manche Tanks deutlich mehr Fehler verzeihen und zugleich mit weniger Aufwand und Anstrengung an ein besseres Ergebnis kommen.